so liebe freunde und wir sind hier bei call of duty goes und zwar habe ich hier eine runde gesnipet und das könnt ihr jetzt auch mal hier sehen wo sind denn die jungs wo sind sie alle von der läuft einer und action und action genauso läuft freunde genauso läuft ja liebe freunde was wäre der general ohne sein hund und da kommt auch schon der waufi und und tschüss freunde und ein schönes geschütz dann stelle ich dahin dankeschön so liebe freunde und weil es so schön war kommen wir auch zum guten schluss mit dem letzten abschuss ja schön war das so liebe freunde ich hoffe ihr hat spaß an dem mini video von euren utc journal ich sage bis zum nächsten mal bis dort hin ciao ciao